Norddeutscher Rundfunk 2021 Guten Morgen! Morgen! Gefällt dir das eigentlich, wie du ausschaust? Das ist ja mein Taschentirkel. Wie riechst denn du? Warum? Früher hast du nach Kölnisch Wasser gerochen und ausgeschaut wie ein feuchter Herbsttag. Jetzt riechst du nach Côte d'Azur und schaust trotzdem aus wie Lignano. Das war nicht nett, Papa. Ja gut, bitte, das überrascht mich hier nicht.